Ja, ich glaube, dass es ganz wichtig war für diesen Film, die Freundschaft darzustellen, weil es geht ja darum, was macht so eine Situation mit den einzelnen Personen? Und für jeden macht das ja was anderes. Also in unserer Beziehung macht das was anderes. Für mich, der sich dazu entscheidet, macht das was anderes. Und das ist ja immer wieder eine individuelle Entscheidung, wie man damit umgeht. Und dann geht es natürlich wirklich darum, die Freunde, die ja eigentlich ein bisschen vor den Kopf gestoßen werden von dieser Entscheidung, wie gehen die damit um und was macht es mit ihrem Leben dann wieder verhältnismäßig? Und natürlich, nun kennen wir uns alle, also die meisten von uns kennen uns eigentlich schon, kannten uns schon vorher, ein paar nicht. Aber natürlich findet man über so einen Prozess zusammen. Und man setzt sich ja relativ existenziellen Situationen aus und sieht andere Menschen in sehr existenziellen Situationen und das verbindet einen schon auf eine recht eigenartige Weise. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.